Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, willkommen zurück zum Deportivo La Coruña Projekt oder auch Brandes Diaz YouTube und das letzte Mal mit dem FM22, weil ja heute im Laufe des Tages der 23. rauskommen sollte, auch wenn es heute nicht sein sollte, ich schätze mal bis Ende der Woche ist er auf jeden Fall draußen, werde ich dann nächste Woche Deportivo La Coruña weiterspielen, diesen Speicherstand werde ich so weiterspielen, aber am 23. 25er und dann wird wahrscheinlich auch schon die erste Aachen Folge rauskommen, also wenn ihr neu auf dem Kanal seid und nichts von der Aachen Folge verpassen wollt, lasst ein Abo da, würde mich auf jeden Fall unterstützen, aber vorher müssen wir hier jetzt nochmal gucken, dass wir finanziell irgendwie was regeln, ich meine Geld haben wir selber genug, 3,3 Millionen, wir gehören aber nicht zu den reichsten Menschen hier, wenn man das so sieht, andere Anlage, reichster Mann in Spanien, wir sind noch nicht mal in den Top 200, ja das ergibt natürlich Sinn mit unseren 3,3 Millionen, aber, aber wir haben ein Apartment, was wir auf Miete haben, läuft hart, wir haben, was ist denn das teuerste Auto, was ich kaufen kann, 40 Millionen, oh Jesus, das teuerste Auto, was ich kaufen kann, ist ein Pagan Hyah Roadster, komm wir gehen mal an und kaufen ein Lamborghini, und dazu uns noch eine große Wohnung, perfekt, wir können ja mal ein bisschen mit Geld scheißen, wir haben ja das Geld, so, wir sind kurz vor der 900er Stärke, das ist so stark, ist das einfach, wie es hier aktuell läuft, wenn man sich das so anguckt, wir können, okay, wir könnten rein theoretisch, könnten wir noch kaufen, aber ich will nichts mehr kaufen, ich will eher bei Finanzstatus hier rauf gehen, Budgets alle ein bisschen verschieben, damit unser Verein hier weiter ausgebaut wird, und dann werde ich natürlich, warte, wir machen das einmal so, so, und alles hier auf Bau, das mache ich dann auch nochmal, und dann verteilen wir das ausgeglichene Geld über die anderen, dann, dann haben wir hier 13 Millionen, hier, wir gehen auf 4 hoch, 4,5, machen hier 500.000, da 500.000, so, und dann machen wir das so, hier werde ich auf Info-Struktur, werde ich nichts mehr einzahlen, außer wir kommen in der Europa League weiter, dann eventuell noch, aber die 14,7 Millionen werden dann benutzt, hier zum Beispiel die Jugendcamps, da wollte ich ja einmal ausbauen, das kostet mich einmal 2 Millionen, 2,7 Millionen, das machen wir jetzt auch gerade, und das kostet mich 4 Millionen, okay, aber diese 4 Millionen, wir machen erstmal das in Argentinien ausbauen, das ist ja schon mal etwas, und den Rest, wir haben genug Mitarbeiter, Aufgaben übertragen, Management, erweitert Umfeld, kann mal Rattan-Stänzel machen, international, ich glaube noch nicht, dass wir so bekannt sind, international, wenn ich international auf einer 15 bin, dann würde ich auch einen Fanshop bauen, und sonst, wir haben Sponsoring-Angebote, da können wir auch mal reinschauen, natürlich ist das schade mit den Sponsoren, aber da werde ich nochmal gucken, ob ich das irgendwie einstellen kann, haben wir, es stand doch, dass wir Sponsoren-Angebote haben, Namensrechte, nirgends wo steht was, aber egal, wir sind ja gut aufgestellt, Gehälter haben wir 0, Transfers haben wir 0, habe ich, Ich habe vergessen zu akzeptieren, Beste Leben, Beste Leben, Ach, ich habe gerade ausgebaut, deswegen ist es jetzt auf 10, So, 1 Mio., 1 Mio., 4 Mio. und 3, so, Akzeptieren die, jetzt sind wir hier ziemlich ausgeglichen, 11 Mio. noch Infrastruktur, da kümmert sich der Vorstand um, aber wir können auch einmal kurz gucken, bei der Infrastruktur, ob wir da selber was machen, Bauhof wird ausgebaut, dann können wir demnächst 3 Dinge auf einmal machen, Fanartikelproduktion kann ich auch einmal erhöhen, Fanartikel verkaufen, muss ich dafür erhöhen, aber das kostet mich ja auch nicht viel, Finanzzentrum, ah ne, ich kann nicht, da muss ich noch diese 12 Tage warten, dann kann ich 3 Sachen auf einmal machen, läuft, Gabi ist kurz vor der 90, Oskar genauso, und der Rest entwickelt sich alles so, wie ich das haben will, deswegen gehen wir erstmal weiter und sehen uns gleich vor dem Spiel gegen Atletico, bis gleich. Es ist wunderschön, Oskar verletzt sich einfach, fällt bis zum 6. Dezember aus, wir sind noch nicht mal im, äh, September, ich mein, wir haben sehr hohen Ersatz, äh, sehr guten Ersatz mit Roberto Lopez, aber es ist halt kein Oskar, ne. Es ist halt wortwörtlich kein Oskar. Ich kann nur eins sagen, hier, komm, ich lobe dich mal, 14 Wochen fällst du aus, und ja, ist bitter, ja, Gabi hat die 90 geknackt, seine Grundstärke ist eine 86, ja, 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 es läuft alles mehr als perfekt. Wenn wir dieses Jahr keine Shabbos League bekommen, werde ich Gabi auch verkaufen, muss ich ja, weil, ich kann mir das nicht anders leisten, und auf einmal sind wir schon von der Stärke 10 Punkte runter, ne. 10 Punkte. Sind wir nicht auf nur 999, sondern, 998, sondern auf nur 888, äh, 898, sondern auf nur 888. Bitter. Bitter. Es ist einfach zu bitter. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich meine, Roberto Lopez ist kein schlechter Ersatzmann, ne. Dazu kann man nichts sagen, aber, aber, es ist halt wirklich, es ist, es tut einfach in der Seele weh, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ähm, was wollte ich jetzt gucken? Die Mannschaft steht. Oskar, ja, 18er Form und verletzt sich. Wir gehen rein in das Spiel gegen Atletico. Also, hoffentlich kann Roberto Lopez den Unterschied machen. Sofort berechnen. Gebt euer Bestes. Heute wird kein Zweikampf aus dem Weg gegangen, Jungs. Es ist einfach zu bitter. Mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. Er ist ein wichtiger Spieler. Mehr kann ich dazu sagen. Es ist genauso, wie wenn Gabi jetzt so lange ausfallen würde. Es wäre einfach tragisch. Aber, ja. Oskar kann sich jetzt, äh, in der Rückrunde dann beweisen, ne. Roberto Lopez kann ihm nochmal den Platz streitig machen. Vielleicht kann ich sogar einen von beiden dann verkaufen. Einfach mal umzuschauen, wie sich das hier entwickelt. 30 Minuten sind um. Und es ist jetzt nur die gelbe Karte für Balerdi. Und das ist dann gar nicht so schlecht, weil ich Joande quasi reinbringen kann dann. Und wir gehen auch so um die Halbzeit. Balerdi hat zwar eine 1,5, aber die gelbe Karte ist halt zu kritisch. Spielergespräche, die 4,5 wird kritisiert. Dann haben wir 4er. 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 Und 4er im Tor. Assistent macht die Massagen. So haben wir uns das vorgestellt natürlich. Es sieht sehr ausgeglichen aus. Wir gehen in die zweite Halbzeit. Hoffen natürlich das Beste. Ja, da verletzt sich der nächste Spieler. Pepe ist aber hochwertiger Ersatz, was das angeht. Und wir mussten schon 2 Wechsel durchführen. Das ist natürlich auch nicht so geil. Können wir das Top-Spiel hier gewinnen? Longley mit der gelben Karte. Van Ackse kommt rein und Antonio kommt rein. Longley darf erstmal drin bleiben. Und wir hoffen das Beste. Wir bringen dann wahrscheinlich noch Moreno gegen Ende. Einfach rein als Innenverteidiger für Longley. Und das werde ich jetzt auch machen. Moreno darf einfach Innenverteidiger spielen. Hoffentlich war das jetzt kein Fehler hier gegen Ende. Pepe mit dem 1 zu 0 in der 85. Was ein Lucky Punch. Was ein Lucky Punch. Voll Lucky Gavi. Gut reingebracht. Also was heißt gut reingebracht. Er musste sehr verletzungsbedingt rein. Und er macht den entscheidenden Siegtreffer. Der bedankt sich einfach dafür, dass ich ihn genommen habe und nicht Van Dongle. Stark, stark, stark. Wir haben 6 zu 5 Chancen. Sehr ausgeglichenes Spiel. Auch vom Ballbesitz waren sie ein bisschen besser. Lodi ist halt Spieler des Spiels. Aber das wäre auch so ein nicer Verteidiger für mich gewesen. Aber was soll's. Ergebnisse gucken wir uns mal an. Valladolid spielt 2 zu 0 gegen Oviedo. Celta Vigo 5 zu 0 gegen Getafe. Sociedad 5 zu 0 gegen Vallecano. Sevilla 2 zu 2 gegen Villarreal. Gions 2 zu 2 gegen Real. Betis 5 zu 1 gegen Almera. Espanol 0 zu 2 gegen Atletico. Barca 1 zu 3 gegen Valencia. Alaves 1 zu 1 gegen Levante. Und wir sind mit, bleiben weiterhin Erster mit Atletico. Aber nur weil wir die bessere Tordifferenz haben. Spieltagstatistik. Wir schauen. Von uns ist Balerdi sogar drin. Auch wenn er nur in der Halbzeit gespielt hat. Das ist schon mal sehr stark. Spieltagstatistik ist aber Maxi Gomez von Valencia. GG. Nach der nächsten Hiobsbotschaft kommt jetzt zum ersten Mal eine sehr, sehr schöne Nachricht. Wir gehen in die Auslosung der UEFA Europa League 2024-2025. Wir sind in Lostopf 3. Gruppe A beginnt mit Leverkusen. Gruppe B mit dem A ist Rom. Schachtjordornitz in Gruppe C. Dann Gang in Gruppe D. Wäre auf jeden Fall schon mal sehr angenehm. Gruppe D vom ersten Team. Tottenham in Gruppe E. Gruppe F mit Napoli. Also stand jetzt. Gruppe D wäre am angenehmsten. Aber ich würde mir Gruppe G, F, E oder A wünschen. Denn wenn wir uns gegen die Starken durchsetzen, wäre das schon was anderes. Utrecht nach Leverkusen. Okay, auch interessant. Royale an Werben nach AS Rom. Galatasaray nach Donners. Kopenhagen nach Genk. Das ist also, die wäre wirklich angenehm. Monaco nach Tottenham. Das ist ja auch schon nice. Wenn Gladbach nach Chelsea kommt, will ich nach Gladbach und Chelsea. Start-Rennen nach Napoli. Okay, wir können auf jeden Fall nicht Chelsea kommen. Das ist schon mal geklärt. Gladbach und Ajax. Also wäre Gruppe E mein Wunschziel. Aber wir kommen in Gruppe A mit Leverkusen. Utrecht, Leverkusen und wir. Sehr, sehr interessante Gruppe. Das muss man schon sagen. Mithilien zu AS Rom. AS Rom hat bis jetzt eine sehr einfache Gruppe. Wir eigentlich auch, wenn man das so sieht, können wir uns da gut durchsetzen. Das ist auch eine sehr interessante Gruppe. Für alle bis jetzt Beteiligten, die da drin sind, gut. Monaco und Tottenham haben auch ziemlich einfach bis jetzt. Napoli müsste auch klarer Favorit hier sein. AS Rom ist klarer Favorit. Ja, Chelsea ist hier klarer Favorit. Und Sparta, ja, da ist Gladbach, würde ich sagen. Sogar eher als Ajax. Kommt drauf an, wie stark Gladbach ist. Müssten wir mal die Mannschaften angucken. Und wir bekommen es noch mit den Dänen zu tun. Nord-Sylient müsste Dänemark sein, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Oder ist das Norwegen? Ich weiß es nicht. Also Deutschland, Niederlande, Spanien und Dänemark, sage ich jetzt einfach mal stumpf. Ja, komm, die restlichen können wir so machen. Unsere Gruppe wurde ausgelöst. Wir sind in Gruppe A. Unsere erste Gruppe. Stark, 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 stark. Ich bin bereit, was das angeht. Ich bin wirklich... Ich habe Bock. Aspikuletta ist wieder fit, aber halt noch angeschlagen. Ja, der kann auch ein bisschen angeschlagen bleiben. Die letzten 24 Stunden des Transferfensters werde ich hier mal kurz überspringen. Naja, als ob ich für Gavi jetzt noch ein Angebot mache. Pastor wechselt wahrscheinlich gleich, sobald die sich einen Zentimeter bewegen. Und hier haben wir noch einige Spieler, die müssen sich hier bei Pastor, müssen sie sich halt ein Zentimeter bewegen. Aber wahrscheinlich machen die das nicht, weil ich mich nicht bewege. Weil eigentlich ist er wichtig für die zweite Mannschaft, ne? Stammkeeper da. Rodrigo wechselt nach PSG. Krass. Die gehen auf unter 200, äh, jetzt auf unter 300 gehen die, weil ich auf 500 hochgemacht habe. Okay, dann hätten wir das erledigt. 24 Stunden sind um. Wir gehen erstmal auf, ja, internationaler Wettbewerb. Nominieren wir alle, auch in der Jugend. Pastor ist anscheinend sauer. Ja, ich hatte noch einen Spieler verpflichten können. Ne, der wechselt. Der wechselt doch. Ne, ist gescheitert. Was ist denn jetzt? Bauhof ist fertig. Okay, jetzt kannst du dich aber selbst darum kümmern. Genug Geld hast du ja. Der wechselt und... Was ist denn jetzt? Am 31.08.2024. Für eine Ablose für 750.000 zu seinem neuen Verein. Und abgebrochen. Dass sie nicht rechtzeitig vor einem des Transfers, falls da abgeschlossen worden sind. Okay, krass. Krass, 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 krass. So, wir sind jetzt kurz vor dem Spiel gegen Villarreal. Und wollen jetzt nochmal kurz gucken. Wir sind in der Europa League. International... Äh, okay. Dann ist International ganz... Ne. Pokalergebnisse, was labere ich? International. Europa League. Gruppe A. Dänemark, meine ich ja. Meine ich ja, dass wir nach Dänemark müssen. Könnte interessant werden. Dänemark, diese Mannschaft ist mit einer 777er Stärke vermeintlich die schwächste. Ja, Utrecht hat noch eine 819. Und Leverkusen hat eine 884. Also bin ich sogar die stärkste Mannschaft aktuell. Da. Aber wie sieht die Mannschaft von Leverkusen aus? Haben die noch einen Florian Wirz? Oder ist er mittlerweile weg? Radek, die haben Amiri, Andricht, Radek hier halt noch im Tor. Mitchell Baka finde ich immer noch nice. Tabsoba, kann man sich vielleicht auch nochmal auf die Liste schreiben. Kaufangebot, hält unser Verein nicht für attraktiv genug. Aber ist auch klar, wenn man allgemein 15-15. Hölzer, Diaby, Demiobald, Suchetweiser, Alario, Benjeda haben sie sogar geholt. Stark. Paulinho, auch noch ein Talent. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Mit dieser Mannschaft. Dann Utrecht. Martin Piers, Alter, die haben einfach so einen 80er Keeper. Ja, easy going. Läuft bei dem. Ich meine, okay, habe ich auch. Aber wenn Tommy Santiago. Das sind so Spieler, die man ins Blickfeld aufnehmen kann. Um die einmal voll zu scouten. Auch hier der Rechtsverteidiger. Ich meine, Rechtsverteidiger sind wir gut aufgestellt. Aber, aber, warum ein Geschenken-Goal ins Maul schon? Davy Fahnenberg. Angebot unterbreiten. Ich wollte eigentlich Spieler scouten. Weil die sind ja gut zu haben. Und der Nordseerland. Habt ihr da auch irgendwie was? Da haben wir einmal Christensen. In das Blickfeld aufnehmen. weiter ins Blickfeld aufnehmen. Und ihn hier. Die haben eigentlich einige 80er Spieler, ne? Könnte sehr interessant werden, wie das hier läuft. Ich will jetzt nochmal in der Gruppe D. Ne, Gruppe F, ne? War das? Gruppe F oder Gruppe E? Wo ist Gladbach nochmal? Gruppe G? Ne. Gruppe H? Wie Gladbach aussieht. 863. Hm. Auch nicht wirklich das wahre. Auch nicht wirklich das wahre. Und Ajax. Das wollte ich noch kontrollieren. Onana natürlich Monster. Dann Masroi ist jetzt noch hier. Rensch ist hier noch. Kudus. Oh, Kudus ist ja auch so ein Monster für uns, ne? Aber, aber. Sebastian Arlau spielt einfach noch. Ja, im Sturm haben sie ein bisschen Bedarf. Aber sonst sieht die Mannschaft auch eigentlich ziemlich stabil aus. Ist damit auch der Favorit für mich. Aber wohl Ajax und Gladbach sind schon ziemlich gleich. Würde ich sagen. Aber wir sind jetzt auch ein bisschen weiter fortgeschritten. Da muss man gucken. Muss man halt gucken. Wie das hier läuft. Ja, Aspikuletta, der wirst auf jeden Fall noch nicht mitkommen. Das ist zu riskant. Wir gehen jetzt erstmal zum Spiel gegen Villarreal. Und hoffen, dass wir uns da jetzt auch durchsetzen können. Und dann wird es diese Folge nicht vier Spiele, sondern nur drei geben. Weil halt Europa League Auslosungen habe ich da gerade auch noch ein bisschen geguckt. Müssen wir mal schauen, ne? Sonst wäre es auch ein bisschen zu viel. Dann wäre es wieder zu lang, besser gesagt. Und ich bin echt gespannt, ob das jetzt gleich fertig ist mit den FM oder nicht. Müssen wir mal schauen. Ja, Oskar ist auf Platz zwei der besten Transferser. James Madison. Ablöse frei von Leicester City. Oh, Alter. Alter, ablösefrei. So ein Spieler kriegen. Bitter, bitter. Muriel. Von Inter nach Atletico. Sevilla hat der Luis Diaz noch geholt. Valencia holt noch Martinez. Ja, und 8er Platz ist Baranekta und Korea. Valencia holt einfach ablösefrei. Wie sieht das Transfersmäßig aus? Haben sie gutes Geld gemacht wegen mir. Und Drea Sociedad hat zugeschlagen. Nachdem wir Baracenta geholt haben, haben sie einfach von Luis Vento geholt. Verleihe. Ne, haben sie Valenco geholt von Valencia. Stark, stark, stark. Okay, wir sind halt wirklich hart am Limit, ne? Was alles angeht. Wir sind aktuelle Erster. Haben 146 Millionen ausgegeben und 68 Millionen nur eingenommen. Aber Herr Höver 13 Millionen. Murray 14 Millionen. Ortega 3 Millionen. Und 37 Millionen für ihn. Ich meine, wir werden wieder mal abgegeben werden sollen. Gabi, das ist ja sowas von gelungen. Transferstatus ändern. Von der Transferliste nehmen. Hä? Minimale Ablöseforderung, 267. Bisherige Ablöseforderung. Bullshit. So, dann gucken wir nochmal kurz, bevor wir in das Spiel gehen. Gleich bei Bruno Iglesias vorbei. Wie es jetzt bei ihm läuft in ManCity. Oder ob sie ihn weitergegeben haben. Würde mich auch interessieren, weil das war jetzt bis jetzt Bullshit-Transfer überhaupt. Für Bruno. Für uns war es natürlich sehr gut. Ach, die wollen ihn jetzt verpflichten. Ja, ihr könnt mich mal nicht. Den habe ich doch gerade erst geholt. So, ob ich ihn jetzt schon abgeben will. So, dann gehen wir mal hin. Ne. Oder? Ja, komm. Ligatabelle. England. City. Spieler mittlerweile. Uno Iglesias. Null Spiele bis jetzt. Wie viele Spiele hat er insgesamt gemacht? Vier Spiele hat er. Die haben ihn für 201,5 Millionen geholt. Und er hat einfach vier Spiele gemacht für diesen Verein. Ey, wenn das so weitergeht, kann ich dir nächstes Jahr zurückkaufen. Für 50 Millionen oder so. Wenn überhaupt. Ich meine, Phil Voden haben sie natürlich sehr stark. Aber Phil Voden könnten sie für Gündogan oder hätten sie hinter spielen können. Aber nein. Sie haben Sinschenko und Bruno Iglesias. Raheem Sterling. Komm. Komm, 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 komm. Läuft bei euch hart. Wir gucken uns noch mal kurz das Team an. Ist alles gut eingestellt. Pippe ist gut in Form. Aber bei Center auch. Deswegen. Ja, jetzt mal natzen. Genau. Was ich sagen wollte. Der Antonio hat sich verletzt. Schienbeinbruch. Waden-Schienbeinbruch oder so. Irgendwie 14 Wochen Schienbeinbruch. Ja. Unterschenkelbruch. Douglas Costa und Schien- und Wadenbeinbruch ist bei Oskar. Läuft besser. Jetzt haben wir Jasper Jatzen. Habe ich hochgeholt von der Jugend. Von der zweiten Mannschaft. Der wird jetzt die nächste Zeit bei uns spielen. Bis Antonio wiederkommt und kann seine Möglichkeit da ausbauen für Geich zu spielen. Gehen wir rein in die Partie. So. Sofortberechnung. Natürlich. Gebt euer Bestes. Wir können, wie ja real, die aktuell auf den 16 hinten sind. Die keinen guten Saisonstart haben. Halt wirklich hart weghalten von uns. Aber wir kassieren direkt. Ich darf sowas nicht sagen. Wie oft haben wir das schon gelernt? Jedes Mal, wenn ich irgendwie sowas sage in die Richtung, kassieren wir ein Gegentor. Das ist bitter, ist das einfach. Auf jeden Fall. Wir könnten rein theoretisch sie fernhalten, wenn wir Bock hätten hier zu gewinnen. Aber haben wir anscheinend nicht. Wir gehen. Ah, Gavi gleicht aus. Stark. Baren Ter mit der Vorlage. Wichtig. Aber wir kassieren direkt wieder das 2 zu 1. Wie wenn Kaya war vor der Halbzeit nochmal. Die letzten fünf Minuten der zweiten, ersten Halbzeit sind da. Können wir nochmal rankommen? Nein, wir gehen mit dem 2 zu 1 Rückstand in die Halbzeit. Spielergespräche. Kritisieren. 4,5. Kritisieren. 4,5. 2,0. Wird gelobt. Dann haben wir zwei 3,5er. Die motivieren wir mal. Assistent. Das war nicht der Matchplan. Nein. Echter Verteidiger. Wer kann da alles spielen? Perez. Longley. Moreno. Bringen wir Moreno wahrscheinlich rein. Ne, bringen wir rein. Spielst du Rechtsverteidiger. Der Rest wärmt sich auf. So, wie machen wir das jetzt? Können wir hier noch irgendwie was drehen? Ein Pflichtwechsel habe ich schon gemacht. Band Axel kommt rein und Paper kommt rein. Einfach nur um zu gucken, ob wir das hier drehen können. Wir können auch Perez auswechseln. Dann bringen wir Jasmin. Japs Matzen gegen Ende. Einfach mal gucken, ob der Junge hier was drehen kann. Ich meine, da wird ihm hart was auf die Schulter gelegt. Aber was soll's. Vielleicht überrascht er uns, ja. Vielleicht überrascht er uns alle. Oder es wird unsere erste Niederlage. Und danach sieht es hart aus. Das 86. Wir gehen in die Schlussphase. Und da müsste der Schlusspfiff kommen. Ja, wir verlieren unser erstes Spiel in dieser Saison. Fünfter Spieltag. Aber egal, ich meine, wir sind trotzdem noch gut dabei. Statistisch gesehen, 5 zu 10 Chancen. Gabi, Spieler des Spiels. Wir haben sie eigentlich gefühlt an die Wand gespielt. Aber wer sie nicht macht, Kassi jetzt hier halt hinten. Wir gucken. Getafe spielt 0-3 gegen Betis Sevilla. Real Madrid 3-1 gegen Suci. Der hat Atletico 2-1 gegen Sporting. Gior Valencia 2-2 gegen Español. Rayo Vallecano 0-1 gegen Celta Vigo. Bilbao 0-1 gegen Sevilla. Udi Almeida 0-4 gegen Barca. Oviedo 0-1 gegen Deportivo. Und Levante 2-2 gegen Valladolid. Wir verlieren den ersten Platz an Betis Sevilla, die jetzt 13 Punkte haben. Aber wir können sie ja einholen. Nächstes Spiel müssen wir gegen Bilbao sogar. Beste Leben. Beste Leben. Spieltag Statistik. Wir schauen. Von uns ist natürlich niemand drin. Spieltag ist es Junos Moussa. G. G. Jetzt also Zweiter gegen Dritter. Das ist also quasi die Top-Spielfolge. Und ja, Villarreal war ja letztes Jahr auch nicht so... ...schlecht, wenn man sich das jetzt anguckt. Okay, die haben sich jetzt ein bisschen gefangen durch den Sieg gegen uns. Aber in der Historie letztes Jahr sind sie Dritter geworden. Und ja, unsere erste Niederlage in dieser Saison. Oder erstes Mal, dass wir nicht gewonnen haben. Haben sie unsere Siegeserie getoppt. Gavi ist ein bisschen erschöpft. Das heißt, der wird auf jeden Fall gegen Nossiel. Darf Fagioli von Anfang an rein. Und der kriegt eine Pause. Aber sonst sieht das hier alles ziemlich stark aus. Wir gehen rein. In das Spiel. Gavi muss jetzt ein bisschen spielen. Ich bringe ihn wahrscheinlich dann auch gegen Mitte Fagioli. Kommt natürlich darauf an, wie das hier läuft. Und wie Gavi auftritt. So, die ersten 10 Minuten laufen. Mal sehen. Vielleicht darf jetzt Jasper Matzen wieder spielen für uns. Das sehen wir alle. Das liegt daran, wie Gaiich sich präsentiert. Und bis jetzt präsentiert Gaiich sich so, dass er auf jeden Fall Jasper Matzen spielen darf. Läuft hart bei ihm. 35 Minuten sind gespielt. Bis jetzt ist noch nichts Nennenswertes passiert. Wir gehen in die Schlussphase der ersten Halbzeit. Und Ja, wir gehen mit den 0-0 in die Halbzeit. Beste Leben. Dann motivieren wir mal die Vierer. Dann haben wir noch 3,5er. Ja, die motivieren wir alle. Halbzeit-Gespräch. Lass uns genauso weitermachen. Dann fügt sich alles zusammen. Wir machen bestimmt ein gutes Spiel. Aber wir machen sie halt nicht rein. Und das ist das Problem. Gaiich hat momentan keine Konkurrenz wegen Antonio. Und Jasper Matzen sieht er nicht als direkten Konkurrenz. Deswegen geben wir ihn jetzt auch mal. Der hat sowieso gelb gekriegt. Beste Leben. Dass ich so in der Sekunde da reinkomme. Fagioli und Gavi kommen rein. Moreno könnte noch rein. Joande kommt für Paris rein. Und Moreno kommt für John rein. Dann habe ich einen Wechsel noch. Den bringe ich dann gegen Ende. Und vielleicht kann Jasper Matzen hier jetzt was machen, womit niemand wirklich rechnet. Wäre auf jeden Fall nice. Aber bis jetzt sieht es nicht danach aus. Ich bringe nochmal Van Axel Dong rein. Bisschen um die Offensive auszuwirbeln. Hoffen wir es einfach. Weil momentan sind wir wirklich in der Formkrise, wenn das so weitergeht. 1 zu 0 gegen Atletico und Barencea. Barencea mit dem wichtigen 1 zu 0 in der 85. Stark. Stark, stark, stark. Ja ist klar, aber wenn Rodrigo fehlt, hier, ne, Oskar fehlt, dann fehlt der Backup-Stürmer, den ich habe. Ist natürlich sehr bitter alles, ne? Statistisch gesehen. 9 zu 1 Chancen. Wir haben klar dominiert. Kappa, der Rechtsverteidiger, Spieler des Spiels. Das sagt schon einiges aus. Wir gucken uns die anderen Ergebnisse an. Sociedad 2 zu 0 gegen Oviedo. Alaves 0 zu 1 gegen Real Madrid. Barcelona 0 zu 4 gegen Villarreal. Sporting Gior 3 zu 1 gegen Getafe. Valladolid 1 zu 7 gegen Valencia. Betis 0 zu 0 gegen Atletico. Barca 0 zu 0 gegen Vallecano. Sevilla 5 zu 1 gegen Almera. Und Celta Vigo 3 zu 0 gegen Levante. Wir sind wieder Erster mit einem Punkt Vorsprung auf Platz 2 aus Sevilla. Und Real und Betis, das heißt, wir trinken eine Niederlage im nächsten Spiel, können wir rein theoretisch auf Platz 4 fallen. Und wie Bilbao spielt und wir verlieren, könnten wir sogar auf Platz 5 fallen. Beste Leben einfach. Spieltag-Statistik. Wir schauen einfach mal. Von uns ist Fagioli sogar drin. Der belohnt sich dafür, dass ich ihn spielen lasse. Und dazu kann ich nur eins sagen. GG. Und wie gesagt, hier würde ich die heutige Folge beenden. Im nächsten Spiel geht es dann los mit Europa League. Ich bin echt gespannt, wie wir das reißen werden. Ob wir was reißen werden. Aber normalerweise sind wir klarer Favorit in der Gruppe. Also würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Ihr könnt mich auch gerne kostenlos abonnieren. Würde mich auf jeden Fall unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich hab kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass...